Sabah ist der Name eines der Königreiche im Jemen, das vor langer Zeit existierte. Es war ein Königreich, das Allah subhanahu wa ta'ala auf atemberaubende Weise segnete. Alle wunderschönen Dinge dieser Dunja konnte man dort finden. Eine reine Luft, Flüsse und Früchte. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Königreich von Sabah wie kein Königreich zuvor oder danach gesegnet. Propheten wurden zu dem Volk von Sabah gesandt und alles was sie taten war, die Menschen daran zu erinnern, die Wohltaten ihres Herren zu genießen. Allah dafür zu danken und sich vom Haram fernzuhalten. Allah sagt im Koran sinngemäß, es gab wahrlich ein Zeichen für Sabah in ihrem Heimatland, zwei Gärten zur Rechten und zur Linken. Alles was sie erblickten waren grüne Landschaften. Alles was sie einatmeten, war die reinste Luft. Alles was sie tranken, war das reinste Wasser. Und während ihrer Reisen gab es Sicherheit und Schutz für sie. Sie lebten in einer Umgebung frei von jeder Krankheit und Leid. Die Bäume waren so dicht, dass sie ihnen genug Schutz vor der heißen Sonne gaben. Flüsse strömten durch die beiden Gärten. Ihr Gesamter sagte zu ihnen, ist von den Gaben eures Herren und seid ihm dankbar. Euer ist eine Stadt, die gut ist und ein Herr, der allverzeihend ist. Meine lieben Geschwister, ich frage euch, was gibt es Schönes? Ein Land, was so rein ist und nur das Beste und Schönste hergeht. Sabah war so etwas wie ein Paradies auf Erden. Ein Königreich des Himmels. Imam al-Baraoui überliefert Folgendes in seinem Tafsir. Eine Frau ging mit einem leeren Korb auf ihrem Kopf durch den Garten. Und sobald sie den Garten am anderen Ende erreichte, war der Korb gefüllt mit Früchten. Ohne dass sie ihre Hand auch nur einmal nach einer Frucht ausschrecken musste. Reife, leckere und saftige Früchte. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen so viel gegeben. Und das Einzige, was sie tun sollten, war, Allah gegenüber dankbar zu sein. An einer anderen Stelle im Koran zeigt Allah subhanahu wa ta'ala eine weitere Gabe auf, die er den Menschen von Sabah gab. Und wir legten zwischen ihnen und den Städten, die wir gesegnet haben, sichtbare Städte an. Was bedeutet das? Die Menschen von Sabah mussten reisen. Aber ihr Reiseweg hat sich von allen anderen Reisewegen unterschieden. Auf ihrem Weg nach Scham hatten sie viele Raststätten. Aber die Raststätten, die die Menschen von Sabah hatten, waren ganz anders als die Raststätten, die wir kennen. Sie konnten dort nicht nur auf Toilette gehen, etwas essen oder trinken. Allah hat ihnen ganze Städte als Raststätte gegeben. Wenn sie also von Jemen nach Ascham reisen wollten, dann verließen sie ihre Häuser, ohne auch nur ein Stück Gepäck bei sich zu tragen. Keinen Rucksack, keinen Koffer. Sie haben das nicht gebraucht. Sie haben ihr Haus verlassen und waren direkt in einer anderen Stadt. Sie haben dort gegessen, sich ausgeruht und sind dann weitergegangen, bis sie zur nächsten Stadt kamen. Allah sagt sinngemäß, und wir erleichterten das Reisen zwischen ihnen. Sie haben sich nicht verlaufen. Sie kamen den Weg ohne eine Karte oder einen Kompass bei sich zu haben, weil Allah sie geleitet hat. Und wie sah es mit der Sicherheit auf ihrer Reise aus? Allah sagt, er reist zwischen ihnen bei Tag und Nacht in Sicherheit umher. Egal wann sie gereist sind, ob am Morgen oder in der Nacht, Allah hat ihnen kompletten Schutz gewährt. Sicherheit, Essen und Trinken, grüne Landschaften, saubere Luft, frisches Wasser, Geld und bestimmt noch viel mehr. Alles, was man sich in dieser Dunja überhaupt vorstellen kann, war im Königreich von Sabah zu tun. Doch was ist dann passiert? Die Gaben Allahs wurden zur Gewohnheit für sie. Es wurde normal für sie, sodass all das, was Allah ihnen gegeben hat, langweilig für sie wurde. Was haben sie also getan? Sie haben eine merkwürdige Dua gemacht. Und ihr werdet euren Ohren nicht trauen, wenn ihr diese Dua habt. Sie sagten, unser Herr, vergrößere die Entfernung zwischen unseren Reisen. In anderen Worten, ja Allah, wir wollen deine Gaben nicht mehr haben. Wir wollen Gepäck mit uns tragen. Wir wollen lange Reisen auf uns nehmen. Und wir wollen durstig sein in der Wüste. Außerdem wollen wir Angst haben auf unseren Reisen. Wie jeder andere auch. Wir wollen diesen ganzen Komfort nicht mehr haben. Das ist zu viel für uns. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hierauf, Und sie sündigten gegen sich selber. Und wie war nun ihr Ausgift? So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Da sandten wir eine reißende Flut gegen sie. Und wir gaben ihnen anstelle ihrer Gärten zwei Gärten mit bitterer Frucht. Und Tamarisken und wenigen Lotusbäumen. Sicherheit und Schutz wurden nun zu Angst und Katastrophe umgewandelt. Alles was sie besaßen wurde, zerstört. Tamarisken sind Bäume von ganz niedriger Qualität. Dornige Früchte und ein paar Lotusbäume hier und da. Sodass sie fast keinen Schutz mehr vor der heißen Sonne hatten. Und dies war das Ende des Königreiches von Sabah. Warum hat Allah sie ausgelöscht? Und Allah gibt uns die Antwort im Koran. Das gaben wir ihnen zum Lohn für ihre Undankbarkeit. Und so belohnen wir keinen anderen außer den Undankbaren. Ja, diese Dua war sehr eigenartig. Aber wir erleben das Verhalten der Menschen von Sabah auch in unserer Zeit sehr häufig. Und leider auch bei uns. Allah subhanahu wa ta'ala hat auch uns jede Menge Komfort gegeben. Wir haben Massagesätze gegen unsere Rückenschmerzen. Smartphones, wo wir jede Menge Möglichkeiten haben. Tolle Autos und Häuser. Wir können es für das Gute oder aber auch für das Schlechte nutzen. Wir sollten unsere Beziehungen auf Halal und Haram prüfen. Sonst könnte Allah diese dauerhaft zerstellen und uns darin untergehen lassen. Der Haram kann dazu führen, dass wir alles verlieren. Allah verlangt von uns doch nur, dass wir seinen Gaben gegenüber dankbar sind. Und uns an Halal und Haram halten. Wenn wir die Gaben Allahs nutzen, aber ihm dafür nicht dankbar sind. Was unterscheidet uns dann vom Verhalten der Leute von Sabah? Allah sagt, so machten wir sie zu abschreckenden Geschichten und wir ließen sie in Stücke zerfallen. Was seht ihr jetzt von Sabah? Was hört ihr von Sabah? Nichts! Es ist nur noch eine Geschichte, die wir erzählen. Allah hat sie zu einer Geschichte gemacht und Allah riss sie vollständig in Stücke. Er zerstörte ihr Paradies auf Erden. Er hat das Land so sehr zerstört, dass sie sogar Jemen verlassen mussten. Was früher einmal ein vereinigtes Königreich von Freude und Glück war. Sie wurden in Gruppen aufgeteilt und mussten um die Welt reisen, um eine neue Bleibe zu finden. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu uns. Hirn sind wahrlich Zeichen für jeden Standhaften dankbar. Die Standhaften und Dankbaren sind jene Menschen, die nachdem sie diese Geschichte gehört haben, sich fragen. Ja Allah, wie muss ich mich verändern, damit ich nicht so ende, wie die Menschen von Sabah? Mit welchen Sünden muss ich aufhören? Denn ich möchte zu den Standhaften und Dankbaren gehören. Ja Allah, du hast auch mir jede Menge Komfort gegeben. Lass mich damit zu den Dankbaren gehören. Und lass mich zu denjenigen gehören, die sich an Halal und Haram halten. Die Geschichte der Menschen von Sabah ist ein schönes Beispiel dafür, wie Allah mit einer Gesellschaft oder einem einzelnen Menschen umgeht, der die Gaben Allahs genießt, aber nicht dankbar ist. Wir müssen aus der Geschichte von Sabah lernen und wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gaben, die er uns gegeben hat, manchmal wegen unseren Sünden wegnimmt. Sheikh al-Islam ibn Taymi, ya rahimahullah, sagte, der Koran erwähnt in mehr als einer Stelle, dass Allah der Allmächtige Gemeinschaften nicht zerstört oder Schaden zu einem einzelnen Menschen bringt, außer es ist wegen der Sünde. Deswegen, liebe Geschwister, untersucht, auf welchen Wegen ihr euer Geld verdient, bevor euch Allah eine Sache, die ihr liebt, wegnimmt. Lasst uns dankbare Diener sein. Wir sind alle gesund. Wir können sehen. Wir können hören. Wir haben Geld. Wir haben Eltern. Einige von uns haben Kinder. Und das Wichtigste ist, dass wir Muslime sind und als Muslime leben und als Muslime sterben. Was muss ich machen, damit ich diese Gaben behalten darf und Allah sie mir nicht wegnimmt. Liebe Geschwister, lasst uns Allah subhanahu wa ta'ala zeigen, dass wir von der Geschichte von Sabah profitiert haben. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh